Na, wie gefällt es dir hier im Stall? Ist ja nicht so eher in einem Männerbeschäftigung, ne? Riecht wie bei Douglas hier. Wie bei Douglas. Was ist los, Dicker? Weißt schon, wo wir sind, ne? Sind wir bei Fiona? Sind wir bei Fiona? Hallo. Wo sind wir? Wir sind im Stall angekommen und ich wollte so ein kleines Follow-me-around machen. Kleine Einblicke in meinen Pferdealltag euch zeigen, wenn ihr Lust habt. Also, auf geht's. Ist sie schon abgedampft? Ja, da muss ich ihn. Mach ihn ab. Und du das. Marmelina. Schnellst du ihn wieder an? Okay. So, was machen wir jetzt heute? Weiß ich noch nicht genau. Eigentlich ist es mir ein bisschen zu warm. Ich wollte springen, aber es ist mir ein bisschen zu warm. Ich muss mal gucken. Wir werden halt dann so eine ruhige Runde auf den Platz drehen. Mal gucken. Mein Pferd steht in der Putzbox. Ich höre schon. Ich höre schon. Let's go. Hallo. So, ich bin beide. Oha, er führt Pferd und Hund. So, komm. Auf geht's. Ja, nimm mal mit. Das Tier. Ja, sieht gut aus. Komm, du Esel. Komm, du Esel. Hier, Schatz, du läufst zu weit, Engelchen. Hier musst du hin. Nicht so auf Bräut aus. Und stopp. Hier vorne, Schatz. Bist du jetzt nicht fest, Mann? Also, du, genau. Dann ziehst du das, ja, das, nee, ist schon richtig so. Nein, nein, nein. Dann ziehst du jetzt den hier durch die Schlaufe. Aber nicht ganz durch. Stopp. Und jetzt nimmst du dieses Stück durch die Schlaufe und eigentlich noch dieses Stück dann durch die andere Schlaufe. Ich bin stolz auf dich, Mama. Ich bin stolz auf dich, Mama. Ja, Prinz Eisenherz am Start. Potschnitt, kann man auch sagen. Aber bei Pferden ist das nicht so wichtig. Ich hab mir übrigens einen neuen Gewichthebergürtel gekauft. Nee, das ist ein neuer Springgurt. Gut, ne? Gut, ne? Dann bittu ich es jetzt schon, Mama. Dann bittu ich dir, Mama. Dann bittu ich, Mama. Dann bittu ich dir, Mama. Und dann bin ich, Mama. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und jetzt geht's los! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh langsam, mach mal langsam! Und jetzt geht's los! Und jetzt geht's los! Na, Coccolino, willst du aufduschen? Na, Coccolino, willst du aufduschen? Na, Coccolino, willst du aufduschen?